so die drei stationen der hölle gehen wir jetzt durch eine nach der anderen ja und ich fand den zwischenschnitt mal wieder ziemlich cool also wenn die wwe eins kann dann ist es so dinger dazwischen schneiden ich rede gleich weiter arm again die Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich und der 3rd Ball, wenn notwendig, wird der Leitermann sein. Und bei diesem Zeitpunkt, mit der Picture Boy, Rick Blair, hier ist der Challenger, von Grenade, Connecticut, Weighing 272 lb, Triple H. Triple H ist der Nr. 1 für die Wettbewerb-Wettbewerb. Es ist der Nr. 1 für die Wettbewerb-Wettbewerb. Es ist, wie der Spiel will, den Weltmeister. Und er würde lieb, den Shawn Michaels' Karriere zu Ende, während er da ist. Wir haben ihn über und überlegt. Das Ende ist nahe. Und das Spiel wird das Ende von Shawn Michaels. Genau hier heute. Gut. Der ist also drin. Jetzt kommt der Shawn. Der ist auch der Wettbewerb-Wettbewerb. Der ist auch der Wettbewerb-Wettbewerb. Und der Wettbewerb-Wettbewerb. Von San Antonio, Texas, Weighing 225 lb, der Weltweb-Wettbewerb-Wettbewerb-Wettbewerb-Wettbewerb The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Der Wettbewerb-Wettbewerb-Wettbewerb. Der war der Schotter, der auf der Topf der Saison. Aber wie du fragst, das war Shawn Michaels, der hatte einen Riff und er trifft mit einem Schotter, um ihn in der ersten Position zu bringen. So, also was ich sagen wollte, falls jetzt nicht noch eine Ansage kommt. Als man gerade hier das Match draußen gesehen hat, sieht der hässlich aus. Also, äh, was ich sagen wollte, ähm, es gab kurz diese Szene, in der, ähm, die beiden draußen gekämpft haben und das hätte ich gerne mal drin gehabt. Es gibt ja wieder Backstage-Brawls, aber ich glaube keinen, ähm, so, nicht so einen. Also es war jetzt außerhalb, in einem, äh, in einem anderen Gebiet, irgendwie auf dem Parkplatz, aber auch draußen eher bei einem Trailer oder so, oder bei einem Müllauto. Ich hab jetzt gar nicht, äh, nicht Müllauto, bei einem Müll-Up. Ich hab keine Ahnung. Aber sowas wär mal cool, so ein richtig neues, neue Umgebung. Hier gibt's ja nur noch, ich glaub, einen Backstage-Bereich, der halt sich halt über mehrere Dinger erstreckt. Aber alles in allem ist es nur einer. Und, äh, ich weiß noch, bei den Alten, da war's ja immer so, da gab's ganz viele. Zum Beispiel, ähm, äh, also es gab schon mal den Parking-Lot-Prawl, ganz normal im, äh, Parkhaushalt. Den gibt's glaub ich auch nicht mehr. Oder ist der noch dabei? Da bin ich mir grad gar nicht mehr sicher. Ähm, ja, da kam du Back, du. So, führe ein Pedigree aus und gewinne durch Pinfall. Gucken wir mal, ob's schon klappt. Boom. Eins, zwei, drei. Ja gut, das war ja jetzt einfach. Ich hab nur ein Thema besprochen, während dem Ganzen. Das ist großartig. Und jetzt, der zweiten Fall wird in der Steel Cage contestiert in der Steel Cage. Oh, nein. Der Fall, muss man es gewinnen bei einem Pinfall oder durch die Tür oder über den Topf. In dem Fall Fall, beide feet müssen touchieren. Und look at das Spiel. Er ist laden die Ring mit, mit Weapons. Ich. Gut, ich bin jetzt schon Michaels, also lieg schon am Boden und bin verletzt. So, führe eine Switchin Music aus. Ja, das ist mein Ziel. Komm, du wolltest doch Waffen, hä? Ach, scheiße. So. Oh, was tut er nur? Er briecht ihm die Beine. So, apropos Nature Boy, ne? Finger 4 Leglock. So, ähm. Au. Und der Tisch ist kaputt gegangen. Ja, ja. So ist sein Gegner. Ich bin noch nicht kaputt. Und. Konter. Und wieder ein Konter. Scheiße. Au. 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 So, also, äh. Ja, Kontern klappt heute nicht. Bin ich zu dumm zu gerade? Was ist denn das für ein Steel Cage Match, bei dem man pinnen kann? Das ist doch voll unnötig. Dafür gibt's doch Hell Nacelle oder ist der Steel Cage einfach billiger? Also, oh naja. Ich wollte ihn jetzt eigentlich gegen die Ring, äh, gegen das Ding werfen, aber egal. Oh. So. Also, irgendwie hab ich grad bisschen Probleme, den gut fertig zu machen. Ah, immer kontert der meinen. Und ich kann ihn nicht gegen die, äh, Ringe Seile werfen. Das hab ich jetzt. Nein. Nein. So. So. So, erst mal, Luthes Press, oder wie die heißt. Oh, out of nowhere, ey. Au. Jetzt hat der ein Signature, das find ich ja nicht gut. Ah. That's it, he's done, ja. Wehe, du zeigst ein Pedigree. Das ist Hundefutter. Jetzt hab ich mein Signature. Jetzt hab ich mein Signature. Ach, scheiße. Ah. Ah. Das find ich gar nicht cool, Arschloch. Ja, so kann's gehen. Ja, ähm. Erneut versuchen. Muss ich jetzt alles wieder spielen? Das ist das zweite Mal in dem... Ah, gut. Es geht direkt hier weiter. Jetzt macht der mich nicht fertig, der Wichser. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Oh. So. Ich bin grad ein bisschen angepisst, deshalb... Äh, nein. Das ist scheinbar so im Drehbuch, dass der Tisch an mir kaputt geht. Sag mal, heute geht echt gar nichts. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich hab wahrscheinlich jetzt von zwei Matches zwei nicht mit vollen Punkten gewonnen. Also, ich hab das Gefühl... Oh. Guck mal. Ein Pile Driver. Der lässt sich aber Zeit. So, also ich hab das Gefühl, heute ist nicht mein Tag. Aber hey, zumindest klappt jetzt ein bisschen was, ne? Ja. So, jetzt kann er nicht kontern. So. Finisher-Ecke, hier. Da, das wollte ich machen. Die Spitze istisen vor, in Gianluca ist fest. Also, look at this! Okay. says face, like a cheese grinder. Take advantage of the disbelief. Wow! So, also, ich, äh, ja, sorry, ich hab grad, ähm, ich war grad so geschockt von der Wendung. Nee, äh, ja, ich muss jetzt den guten Triple H hier pinnen und ausschalten, äh, ja, ausschalten, durchpinnen. Oh, der Schritt war hart. Ah, jetzt ist er ausgewichen. Jetzt kriegt er wahrscheinlich noch einen Finisher und zeigt noch einen echten Pedicure, oder er pinnt einfach. Scheiß Arschloch, scheiß Wichser, ja, da... Der Podcast, äh, der Podcast, ja, das Video hier ist nicht jugendfrei. So. Ich hab eine neue Signatur, eine neue Unterschrift. Woo! So, und jetzt kein Finisher-Ecke, sondern Finisher in die Fresse. Bam! So. Go-Prag, ne? One, two, three. Oh, it's Shawn Michaels, and he's eating things up. The winner of this fall, evening this bout, at one fall apiece, Shawn Michaels. Both these superstars are spit, but Shawn Michaels has got it back to even, now, wait a minute. And now, the third and deciding ball will be contested as a letter match. Oh, my gosh. Once again, it goes from bad to worse. So, ich hoffe, ich muss den jetzt nicht davon abhalten, den, ähm, den, ähm, den Dings zu berühren, den, äh, Titel. Weil, wie ihr aus meinem NXT-Let's Play vielleicht kennt, falls ihr das auch gesehen habt, äh, bin ich ganz schlecht drin, wenn es darum geht, den Gegner davon abzuhalten, an den Titel ranzukommen. Ha, genau, als, äh, als, äh, Jerry Lawler Comeback angefangen. Und der zeigt das aber nicht an mir, da weiche ich aus. Ich fand mein Ausweichen grad gar nicht mal so schlecht, ne, muss man mal sagen. So, und zack. Mach auf. Natürlich. Und, ja, es wird schon wieder. Und, ja, es wird schon wieder. Mach's Triple H zu den Flüten. Und du wißt du was das bedeutet? Wenn Shawn Michaels get zu seinen Feigen, all he's got to do ist climb that ladder. What ist Flair doing? Flair very active at ringside, that's what's all about. The prize hanging above the ladder. Shawn Michaels could be just moment's away. Michaels checks the scenery, now he's gonna climb the ladder. He's gonna head up Top King. He's looking for the championship. Ach, der zweite Tisch ist ja noch nicht mal kaputt gegangen. Ich hoffe, ich muss jetzt nichts machen. Doch, ich muss noch. So, ich soll mir die Championship zurückholen, ne? Und der liegt ja tot. Ah, wie läuft das denn jetzt? Ich muss hochhalten. Einfach halten und... Ah! Mann, bin ich scheiße. Wisst ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ne, schreibt es nicht in die Kommentare. Schreibt, ich bin geil. Das ist besser. Ich verliere noch. Ich sehe es kaum. Steh auf! Heute ist echt nicht mein Tag. Echt nicht. So. Gut, dass Triple H... dass Sean Michaels quasi tot ist. So, also. Ich greife danach und halte. Und jetzt ziehe ich. Greifen, halten, ziehen. Greifen, halten. Das gibt's doch nicht. Also diese... Ich sag's doch, ey. Ah, er hat's noch nicht. Aber gut, dass ich das jetzt... Hä? Der hat's doch noch gar nicht. Na gut. Ich hab doch... Erneut versuchen. Ja, okay. Oh Gott. Heute ist echt nicht mein Tag, meine Freunde. Ja, okay. Dann sind wir jetzt halt doch raus und versuchen's nicht erneut. Und... Ich mach hier beim nächsten Mal weiter. Ähm. Gehen wir mal raus und gucken... Achso, nee. Warte. Gehen wir mal wieder hier rein. Gucken mal ganz kurz. Nein, hier haben wir nichts freigeschaltet. Hier auch nicht. Ja, ist klar. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich es, ähm... Für euch versuche, obwohl es schon gespielt wurde oder nicht, ne? So, dann haben wir jetzt wahrscheinlich gar nichts freigeschaltet. Ich geh trotzdem mal kurz rausgucken. Und... Und... Nee, gar nichts. Gut, äh, ja. Mit diesem schönen Lied, Heart of the Warrior, äh, sag ich schon mal... Goodbye, auf Wiedersehen. Denn wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, lasst es bleiben. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Und tschüss. Yo... Yo... Yo...